kaum in die potte die ist so schwerfällig wenigstens fährt der dd vor der macht uns nen schön ziele auf haben sie sich echt übergegeben mit den stein felsklötzen in der mitte alle achtung richtig malerisch na also wirklich die türen auf die karte es gibt immerhin mehr zu sehen als auf uns ja obwohl ich die oceaan-karte unheimlich gerne spiele gerade wenn ich mit der gearing fahre also da schön topen kannst da sind keine insel die du mit berechnen muss wirst aber für die gearing freue ich mich jedes mal wenn ich die karte kriege vor allem auch die die farbstimmung von den felsen die haben sie echt gut gewählt da kriegst ja auch einen krebs zwei drei 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 zwei drei vier Ach, ist wieder uns sichtbar. Kudosdorf. Oh, Zitadelle auf Kudosdorf, ja, sehr nice. Oh, Füße, guck doch, nee, krass. Die North Carolina dritt rein. Ach, jetzt haben die sich gerammt, ey, so'n Dreck. Was? Ja, und dann ist der langsamer geworden. Dadurch sind alle meine Schüsse davor gegangen. Noch mal eine Zitadelle auf, Kudosdorf, guck mal, was die hat. Die hat nicht mehr viel. Ich versuch nochmal, komm hier nicht mehr ran. Irgendeine Insel. Scheiße, jetzt hier. Ich muss mal wieder runtergehen vom Garten. Was hab ich hinter mir? Ich geh mal runter, dass sie ausschließen können. Jetzt bin ich offen. Ich versuch erstmal die Kudosdorf rauszunehmen. Ich versuch das Rundfunk in der christenzliche Kudosdorf. Ich versuch in Kudosdorf. Ich versuch in Kudosdorf. Kudosdorf, kudosdorf. Das war's. Scheiße, ich muss wegdrehen. Jetzt krieg ich Tops. Ach, ich dreh weg. Da kommen die Tops in mich, ja. Da kommen die Tops in mich. Da kommen die Tops in mich. Ich komme wieder zu dir hin. Pass auf, irgendein Kutus ist auf Dreh ab. Komm zu mir. Lass die da hinten stehen. Ja, kommt zu mir hin. Das bringt nichts. Das ist totaler Bullshit. Lass die da stehen und rückwärts fahren. Dann schbeiten ich den. Dann holen Sie hier ein. Ja, wer ist dagegen. Ich kann das auch sehen. in ansage so ich zünde mal hydro doch die blaskawiczka ist im nebel hier drin hast du dir die kutus auf raus gut sehr schön hier ist nämlich die blaskawiczka ok allein als leitseite die fängt sich mal so jetzt machen wir den erstmal schön jetzt wird die gleich auf mich schießen jetzt habe ich die turpets hier 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 natürlich die hol ich mir noch diesen hund diesen pop ein ist er doch Vielen Dank. Ich sag mal, wo ist er? Das ist der verdammten Karte überhaupt nicht. Was? Sieht auf der verdammten Karte überhaupt nicht. Nee. Ich sag da, die ist totaler Bullshit. Wegen der ganzen Inseln hier. Ja, da kannst du auch nicht mehr schießen, weil sie... Und wenn du nicht mehr schießen möchtest. die fuhrchen muss ja noch im nebel stehen die fährt da ist er vorsichtig hat mir gerade später nicht dass er nicht torbt titadelle bei der ausgut nur noch die spiel wieder 116 treffer mit der sekundär batterie 158.000 schaden aber ich wollte den unbedingt haben ich hatte noch eine zieler geschossen ausgesehen wie die spiel immer nur stehen weißt aber unsere fuhr so hat gut gespielt nicht schlecht nicht 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 nicht